servus und willkommen zu einer neuen folge von minecraft regrowth ja wir haben gesagt wir wollen heute mal anfangen ich werde mir gar nicht besorgt mir gerade ein paar steinchen ich mir ein paar öfen bauen kann das heißt ich mir gleich noch mal zwei das heißt jetzt dann da rein da rein da rein da rein da rein und ich brauche davon sechs stück zack zack und dann heißt es schon mal wir sind fleißig am kohlebren der schöne ist wir haben was man mit dieser mit diesem kleinen mit dieser kleinen sache also nur diese paar bäume zu machen so schnell an holz kommen ist der wahnsinn ne erst kriegst du gar nichts und danach kannst du dich damit zu kacken aber hier ist halt nicht aber ich hole mein bett auf jeden fall die arbeiten jetzt fleißig dran dass ich jetzt an meine an meine charcoal kommen und dann werden wir noch ein wenig am buch arbeiten dass wir hier auch weiter kommen beziehungsweise mir fällt da was anders ein ich will da jetzt was anders mal erst mal machen zwar ich habe ach so ja die erste von forestry es ist gut und zwar saum im scoop mana steel scoop glaube ich habe noch ein mana steel so so ein mana steel clay wo ich jetzt nochmal das problem habe mit zu wenig sticks ich glaube der hält ein bisschen was länger aus vor allem ich kann jetzt immer gleich mal gucken ach ja und jetzt weiß ich was ich noch machen wollte mist so als erstes das da wieder weg das kann der ap rest aufnehmen so jetzt muss ich mal gucken ignoble ignoble tropical ist wenigstens ne pristine ignoble das ist ja der wahnsinn das heißt ich muss mir jetzt auf jeden fall noch einen zweiten api bauen will mir auf jeden fall in den magneten in dieser folge bauen sehr viel zu tun sehr viel zu tun so das heißt jetzt mac extra extra magical magic 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 wies mysterious magnet ok das heißt ich brauche ach so scheiße ich brauche dafür ein dia kann ich mir nicht leisten habe ich noch nicht einfach nein okay ich ich diese hat nicht mache ich einfach das hast Habe ich denn jetzt die Block of the Ball hin? Da. Der Schrott. 50% habe ich. Cool. Plural Styron Powder. Ich bin schon unterwegs. Auch 48 Stück. Ja, ich habe jetzt noch einen Vorteil. Ich kann jetzt hier in der Kiste gucken, ob ich noch Syrien drin habe. Mir fehlen jetzt noch wie viele? 20. Das habe ich erledigt. Das heißt, ich habe davon fast alles fertig. Was brauche ich denn bitteschön, um überhaupt einen Diamond Seed zu machen? 4 Strong Essence. Ein Essence Seed. Mein Problem ist nämlich schon mal alleine, dass ich keinen Strong Seed mehr habe. Hm. Hm. Ich brauche diesen Ich brauche diesen fürchterlichen Diamant Seed. Ich muss endlich dazu kommen, dass ich Diamanten herstellen kann. Das ist ja sonst nicht mehr auszuhalten. 70% brauche ich. Ich habe jetzt fehlen mir noch 12. Bin ich sicher, ob das reicht, was da noch drin ist. Okay, das heißt jetzt mal das Zeug muss weg. Ich brauche dich. Ich brauche dich. Okay, das ist ja so. Ich brauche das jetzt. Wow. Ja, ich brauche dich. Aber ich habe erst... Oh, stimmt ja. Stimmt ja. Ob ich schon in meine Trimbeutel die Weak Essence... Ich brauche eigentlich nur 4. Das könnte reichen. Ich war nicht fast sicher, dass es reicht. So, Weak ist durch. Heißt, ab jetzt kommt Regular. Voll. Ich habe sogar 8. So. Okay. Das heißt jetzt, ich muss schnell ins Bett. Gehen wir schnell zu meiner Closed-Done-Pflanze. Schauen wir mal, wie war das die ist. Weil, wie gesagt, wenn ich dann auch noch an Emeralds rankomme, dann wäre ich natürlich hochglücklich. Weil dann könnte ich nämlich mir Emeralds drauf machen, beziehungsweise dann Silk Touch. so. Das heißt, äh... Ich muss weg. Weg. So, das ist eine 1-1-1 1-1-2 2-2-1 1-1-3 1-2-1 ist wichtiger. So, jetzt ist die Frage, was brauche ich für die Emerald? Achso, da brauche ich ja die Bricks. Brauche ich ja die Bricks. Das heißt, wenn ich jetzt dann die Kohle durch habe, kann ich dann anfangen in Bricks durch zu jagen. Also Clay. Okay. Dann vier Öfen reichen. Kann durchblasen. Da rein. Ich habe den ersten... Okay, dann heißt es da rein, da rein, da rein, da rein. So, wir brauchen jetzt für den Diamant-Lied. Vier habe ich. Das habe ich noch nicht. Rune of Winter, Rune of Earth, Mana, Perle und Glas. Kriegen wir. So, Mana, Glas, Teat, Essence. Äh... Ich glaube, Winter? Winter? Earth. Gut. Das läuft. Das läuft, weiß ich nicht. Aber es läuft. Ich muss was essen. Kann aber auch sein, dass ich das, äh, Tablet holen muss. Okay. So, was brauche ich jetzt denn noch? Also, äh, äh, Speed Seat habe ich noch nicht. Den habe ich. Redstone Seat habe ich. Fragment Seat habe ich. Creepy habe ich noch nicht. Sinaba habe ich noch nicht. Die zwei arbeite ich gerade. Das heißt, jetzt brauche ich Lime Powder 48. Ach man, ich brauche ja noch Strong Essence, äh, äh, so viel. Okay. Okay. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht mehr ins Horn puste, weil sonst, äh, ist meine Hecke weg. So, ich habe jetzt gemacht, äh, acht Stück. Dafür habe ich gebraucht, äh, ich glaube mein gesamtes Inventar voller diesem Zeug hier. Okay. Das heißt, äh, ja, halter, äh, halter Rucksack. Horn weg, auch gleich weg. Das Schöne ist, äh, ab der Stufe, versuche ich nie mehr, komplettes Vierer Feld abzuenden. Habt ihr keine Chance. Ihr würdet gnadenlos runtergehen. Einfach blub. Nein, mir fällt gerade ein, ich bin ja total behämmert. Das reicht ja nicht einmal. Weil ich, ich brauche ja, ich brauche, ähm, 16. Jetzt habe ich noch vier. Wenn ich jetzt acht kriege, sind es zwölf, und es sind die gerade mal weg, die ich habe. Ja, das wird lustig. So, das heißt, ich brauche noch einen Stack, äh, und der Viertelten. Der Schöne ist, nur bei sowas, wisst ihr, wie lang, dass ich dafür gebraucht hätte, bei dem alten Feld, wo es noch hinten war. Hab das Zeug hier gerade geerntet, und ich lande gerade wieder. Bis der jetzt Plus haben. so, ich habe jetzt vier, zwei, drei, vier, aus, rein, bau ist ein war es jetzt ich müsste es ist jetzt auf jeden fall reichen so das heißt jetzt aber auch ich brauche auf jeden fall noch mal zieht aber der erste ist fertig ich kann das zeig nein schmeißen so ich habe was habe ich jetzt gesagt was brauche ich jetzt für den blöden emerald ich brauche leim beim leim leim 28 habe das heißt sie braucht noch mal 20 so dann brauche ich gold und obsidien jeweils acht das heißt jetzt als letztes ich brauche es noch die briggs 48 doch mal schön oder gerade genau 48 außen so und jetzt brauche ich ein world 4 anna pearl emerald glas ok so das heißt so ist neu das mache ich jetzt noch und dann wird es nämlich beim nächsten mal als das kann ich schon mal abrufen jetzt schauen wir mal ob man doch ja habe ich freilie da 8 8 bett brauche ich mir schnell 1 Okay. Wer will's mir jetzt verorchen? Dankeschön. Was heißt, du kommst drauf? Drauf. Drauf. Alter, erschreck mich nicht so. Äh, die kommen drauf. Ich brauch das... Glas. Äh, was haben wir denn gesagt? Ähm, ich brauche... Erde und Winter nochmal. Sehr schön. Der läuft noch. So. Äh. Das heißt auf jeden Fall... bisschen Cobblestone rausnehmen. Und so viel Steine brennen, wie es geht. Wir schauen nochmal bei Portania vorbei, beziehungsweise ich nehme jetzt mal meine Schere. Okay. Sehr schön. So, acht Stück habe ich gemacht. War da nicht irgendwas irgendwo, irgendwie irgendwer. Da sind immer noch keine Dinger auf. Ähm. Ach, das war der hier. Ha! Dann machen wir das doch noch schnell. Ist auch noch nicht fertig. So, das heißt, zwei kommen dahin. Dann brauche ich... Watt? Die Puppe brauche ich... Bone... Bone needles kriege ich wie? ... So. 16 Stück gemacht. So, da kommt es gleich weg. Und gleich mit. Der Scheiß kommt da weg. Der auch. So. Ähm. Spring. Hier, Wolle. So, das heißt, ich habe eine Puppe. Und jetzt brauche ich noch Glasflaschen. So, und ich glaube, das war... Oh. Ich brauche drei. Okay. Jetzt brauche ich eine Water Protection Puppet. So. Ein Männchen. Oh, oh. Ich komme nur über Hühnchen an, die dran. Ach Mann. Nee, nee. Okay. Das heißt, wir müssen demnächst Hühnchen züchten. Das kann ich nicht mehr weitermachen. Äh. Das Grummel. So. Weg. So. Aber jetzt müsste ich eigentlich geblitzdingst haben. Woll. So. So. Lights ist der Shee. Ressourced jetzt. Wir haben den Emerald. Diamanten. Das ist jetzt für mich. Diamanten. Nee, ist schon dort. Ich hoffe, dass ich nur ein bisschen Verholz habe. Natürlich nicht. Warum sollte ich jetzt Holz einstecken haben? Mann. Hab ich vielleicht hier Holz drin? Nicht hier Holz drin. Nein. Nein, stimmt. Fast nein. Faul. Dankeschön. Da. So. auch schon mal los, dann haben wir auch schon mal machen wir jetzt noch einmal Madente 2, 2, 1 3, 2 2, 1 so, langsam erzieht das Eichhörnchen gut, das heißt dann bis zum nächsten Mal werde ich dann versuchen genügend Emeralds und Dinger zu kriegen auch mal gucken aber ich brauche glaube ich für den normalen Diamanten brauche ich 8 Stück das hört sich schon mal gut an und ja, dann hoffe ich dass wir dann beim nächsten Mal anfangen können endlich ein kleines Lagersystem aufzubauen in dem Sinne ich bedanke mich bei euch für das Schauen und bis zum nächsten Mal Ciao 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 ciao